Hallo, verehrter Herr! Haben Sie Lust, bei unserer Burger-Challenge mitzumachen? Gerne! Ich glaube, hier beißt du heute eh nichts an. Hier, Oma, probier mal! Welcher Burger schmeckt besser? Ich bin bereit! Und, schmeckt der dir? Der ist richtig lecker. Aber ich probier mal jetzt ein. Die sind beide sehr lecker, aber um ehrlich zu sein, ist mir egal, welcher besser schmeckt. Ich wollte nur auf eure Koffenspeisen.